Yay! Leute, wir machen weiter bei Moemon und ja, ich gehe jetzt nochmal ins Stockwerk. Ne, warte mal. Erstmal checken, ob die Schaden haben. Ja, so ein bisschen Schaden ist ja auch schon manchmal verheerend. Und da ich auf dem Stockwerk schon bin, kann ich das einfach gleich mal komplett abklappern. Ist ja nix bei. So, so. War klar, dass er kämpfen will. So, Voltoboy. Na, das stirbt. Oder auch nicht. Twister. Coffing. Oh, wie ich das hasse. Ne, Leute, ich überlege gerade, was sehr wichtig ist. Oh, wie ich das hasse, vergiftet zu sein. Ich überlege gerade, was sehr wichtig ist, nämlich... Magneto, ne, Scheiße. Nämlich, was ich als nächstes wegmache für eine Attacke, weil Maya lernt ja als Tauran und auch noch ein paar gute Attacke. Und dann weiß ich nicht, was ich wegmache, weil Donnerwelle kann eigentlich manchmal ganz nützlich sein. Aber ich benutze es halt sonst fast nie. Deswegen könnte ich ja eigentlich Donnerwelle wegdingsen. Aber ich weiß noch nicht, je nachdem, was es lernt. Weil Hyperstrahl, bin ich noch im Überlegen, ob ich das Hyperstrahl lernen lassen soll. Obwohl, warte mal, das entwickelt sich doch erst auf 55, ne? Ja, klar entwickelt sich das erst auf 55. Dann trinne ich die anderen Viecher. So, ja, ähm. Nochmal auf 1 runter. So, dann bin ich nämlich hier. So, hier habe ich alles durchsucht. Also geht's hoch. Ähm. Hier war ich jetzt auch mittlerweile schon überall. Aber halt, ne, der noch nicht. Genau. So, Electrode. Ja, meinetwegen. Surfer! Nicht Sonic Boom. Bite. Ich bite dich. Ey, das ist unfair. Na, egal. So, Weezing. Wie lecker. Surfer! Ey, wieso sind die alle... Oh, das kotzt mich so an, ey. Immer diese scheiß Vergiftungen. Oh, Mann, ey. Dann kann ich gleich wieder hier rein. Und dann kann ich gleich wieder zack, 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 zack. Ja, genau. Wieso bin ich nicht gleich immer durch das Bett durchgegangen? Egal. Ach, scheiße, jetzt bin ich wieder... Nein, was mache ich denn? Nein! Nils! Mach keinen Scheiß! So. Also. So, gehen wir mal. Drei. Denn drei war ich gerade. Genau. Also gehen wir jetzt zu vier. Hallo. Ah, so viele Trainer zum Besiegen. Das ist cool. Ein E-Kans. Hallo, E-Kans. Machen wir mal Surfer. Dam, 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 dam. Level 40. Hydro-Pumpe. Das ist cool. Äh, für Hydro-Pumpe kann ich eigentlich irgendwas von denen hier wegmachen, oder? Ähm. Das schaltet immer 40. Ach, scheiß drauf. Ich habe jetzt schon eine Drachenattacke. Das schaltet 2 mal 40, aber... Egal, Drachenwut kommt weg. Hydro-Pumpe kann ja auch manchmal ziemlich nützlich sein. Ähm, also lasse ich es einfach. Ich kann es ja immer noch verlernen. Von daher. Oh. So, Twister, tot. Kubon. Achso, ja. Das ist auch tot. Schlecht wäre aber ein Boden-Pokémon-gegen-Wasser-Pokémon-einsatz. So. Ah, da ist ein Item. Das ist ja sehr interessant. Neu. So. TM 41. Okay. Ja, und weiter geht's. Aha. Interessant. Max Reveve. Also. Aha. Escape Rope und Full Heel. Okay. Schst. Was? Can't you see I'm... Achso, kannst du dich sehen? Ich verstecke mich. Ja, dann. Fuh, haha. Mein Boss ist hässlich. Was bist du für einer? Ah, ja. Ja, da sitze ich jetzt zum Beispiel... Obwohl, nee. Noch nicht. So, nochmal Surfer. Mach keinen Scheiß. Scheiße. Scheiße. Rika. Rika macht sie alle tot. Bam. Yeah, Rika ist ein schön starkes Blitzer. So, ja. Was tun ich jetzt? Ich kann jetzt eigentlich... Ja, Sashiko ist ein starkes Vogel-Pokémon. Das muss trainiert werden. So, ähm. Geh ich wieder raus und geh hier rein. Der will wieder kämpfen. Na, egal. Hypno kann ich ja wohl auch leicht besiegen. Dann mach ich fliegen. Kopfnuss wird's einsetzen, ey. Ich geb dir gleich Kopfnuss. Äh. Das ist jetzt armselig, ey. Der hat nur ein Vieh und dann so ein schwaches. Was kommt hier als Jongleur? Kadabra. Kadabra wird jetzt sterben wie ein Kadabra. Obwohl, Kadabra sind ja schon tot. Äh, egal. Pantimos. Pantimos wird auch sterben. Scheiße. Seit wann kann das Zauberblatt lernen? Keine Ahnung. Ist ja geil. So. Hier ist nix mehr. Also rette ich dich. Ja. Achso, ja. Der ist ja irgendwie für Team Rocket. Der sagt ja irgendwie irgendwas Gutes für die oder so. Äh, egal. So, was hast du? Magneton. Unfair. Da fällt mir ein. Grosser Krabbe. Unfair. Und da drin, da ist er. Oder so. Ja. Magneton. Ähm. Tot. Magnetime. Äh, nee. Magne. Magnemiter. Magnemiter. Ja, nee. Äh, eigentlich. Ach, egal. Koffing. Koffeina hätte ich, Alter. Ey, wieso halten die das immer so aus? Fertig. Kann ich wieder hochgehen? Hallo du. Da, 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 da. Ring Attack. So, auch tot. Und gleich müsste Sashiko auf... Äh, 41 sein. Eigentlich jetzt, aber. Ja, ich wusste es. Ach, wie stark meine Viecher schon sind. Willst du kämpfen? Nö. Willst du kämpfen? Nö. Willst du kämpfen? Nö. Willst du kämpfen? Willst du kämpfen? Nö. Aber du. Da, da war so klar, dass der kämpfen will. Also, ne. So, äh, ja. Ähm. Übrigens, Leute. Ich schaue sehr gerne die Let's Play Videos von Marcel. Also, Lucksack Link hier. Äh, Conker's Bad Fur Day. Wollte ich eigentlich auch mal Let's Playen vor sau viel... Äh, vor sau vielen Monaten. Also, vor sehr, sehr langer Zeit wollte ich es auch mal Let's Playen. Aber dann habe ich es doch gelassen. Aber, ja. Sein Let's Play schaue ich mir sehr gerne an. Macht voll Spaß. Kann ich jedem weiterempfehlen. Äh. Auf jeden Fall meckert der immer rum, wenn ich keine Videos mache. Finde ich irgendwie auch voll lustig. Aber naja. Ich halte mich ja ran. Irgendwie so viele Videos wie möglich zu machen, also. So. Wing Attack. Ach, scheiße. Ja. Ja, eigentlich schon. So. Quick Attack. Na, komm jetzt. Magneton. Leck mich. Oh, meinst du mal diesen Scheiß-Viecher. Flame Thrower. Oh mein Gott, ich... Musste gehen. So. Magnemite. Stopp. Ah, Glorak ist einfach zu stark. Aber die wollen es ja nicht einsehen. Weil sie einfach nur dämlich sind. Wah, ha, 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 ha. Koffing. Mega Punch. Oh Mann, oh ey. Da setze ich schon mal sowas Geiles ein und dann ist es nicht mal mit einem Schlag tot. Na, egal. So, hier ist... Aha. Ja, okay, hier bin ich dann auch fertig. So, 7F bin ich jetzt. Ich könnte eigentlich schnell durchlaufen zu 9F, meine Viecher aufladen und dann geht's weiter. Ja, das könnte ich machen. Ich glaube, das mache ich auch. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Kubon. Wieder mal. Ja, da könnte ich auch zweimal Wing Attack machen. Ja, also klar. So. Ähm. Ja, holen wir einfach Ayame raus. So. Äh, der war schon besiegt. Cool. So, zack. Heilen und wieder rein. Zurück, meine ich. So, 8F. Und 9F. So. Alles klar. Ein Item. TM8. Bulk ab. Achso, ja, Bulk ab. Alles klar, alles klar. Sents. Sents. Schuh, 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 schuh. Schink, scha, schung. Aber nee, Sana ist voll putzig. So, Level 44. Schlitzer. Juhu. Schlitzer. Warte mal. Schlitzer hat 70. Das hat 80. Mit Teichlau kann ich für Stein-Pokémon nehmen. Ich mache Mega-Punch weg. Ist ja egal. Sents. Das ist auch voll geil. Voll das epische Pokémon. So. Ja, kann ich wieder zurückgehen? Kalzium. Komm her, du Opa. Du Forscher, du. Du Trainer, du. Ne? Elektrode. Ja, das kriege ich ja wohl tot. Da, 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 da. So, obwohl ich glaube, ich werde mal schnell eine neue Ordnung einführen in meine Attacken. Dann machen wir das da hin. Das da hin. Ne. Und das da hin. Genau. Oh, Schlitzer ist sowieso so eine geile Attacke. Stirb. Ha. Cool. So, was kommt jetzt? Schon wieder 10 Minuten. Sowas doof ist aber auch. Ne, egal. Den hier schaffe ich auf jeden Fall noch. Da reicht Schlitzer vollkommen aus, ey. Das ist so geil. Vor allem Schlitzer kann man schon oft einsetzen. Das ist auch voll cool. Oh, Golbert. Er schafft Glorak auch mit Sch... Scheiße, doch nicht. Naja, egal. Ist ja unwichtig, ne? Das zieht mir kaum was ab, also stört's nicht. So, ratatatata. Kommt jetzt. Ratatatata. Tatatatata. So, bämst. Was haben wir jetzt? Was ist hier drinne? Hallo, du. Ah, ja. Rettest du mich? Ja, klar. Okay, ich hab's alle gerettet. Ähm, ja. Ich würd sagen, ich speichere ihr, weil's schon wieder spät ist. Und ja, dann sag ich euch. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.